Hallo, was geht? Ich hab dir die Sachen, soviel ich weiß, alle in die Truhe reingetan. Ja, ja. Fast schon. Ich glaub, Simon wollte einfach nur was trinken und hat es disconnected. Boah. Baut er mir meine Lava zu, oder? Welches Level warst du, Simon? Simon war gemutet. Simon ist gemutet. Ich weiß. Ich weiß. Boah, wehe, die Blätter verschwinden jetzt unter meinem Bein. War jetzt das mal mega. den Wind hier hören. Ich glaub, ich werd mega viel Blätter brauchen. Auf der Seite ist eigentlich nicht so wichtig. Die Seite ist ja... Ja, der ist gemutet. Alter, ich hab fett Angst, dass ich hier auf die Schnauze flieg, weil dann bin ich tot. Baut er mir meine Lava zu, Alter. Oh Gott, da ist zum Glück noch welche. Na ja, okay, ja. Okay, ich nehm das zurück, da kannst du nicht wissen. Ja eben. Du bist schuld. Warum bin ich jetzt schuld? Weil... Weil das ihm nicht gesagt hast. Ja, und ich kann da auch nicht irgendwo dran denken, dass der das nicht weiß. ist. Er muss das aber auch nicht verlangen. Ne. Jetzt ist das passiert. Ja, richtig. Kann es auch nicht viel ändern. Ja. Jolo jetzt. Manchmal muss man einfach mal ragen manchmal. Teilweise muss man einfach mal ragen. Was hat Simon geschrieben? Ich hab's nicht gesehen. Bei mir ist so durchsichtig. Kann noch lange dauern. Was kann lange dauern? Das Gespräch mit seinem... Boah, ich weiß gerade fast nie. Boah, Junge, 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 Junge. Alter. Alter. Ach ja, Leute. Ich hoffe euch gefallen unsere Let's Plays ein bisschen, um das mal wieder mal zu sagen. Hammergeil, wir haben schon 65 Abonnenten, ne? Ja, ich denk mal. Wir hoffen, dass es dazu gekommen ist. Ähm, bei den 65 Abonnenten bedanken wir uns natürlich ganz recht zärtlich. Recht zärtlich. Recht zärtlich. Recht zärtlich. Recht zärtlich. Das hab ich grad verstanden. So. Recht zärtlich. Ja, das hab ich grad verstanden, ohne Witz. Das hab ich auch mal verstanden. Das hab ich auch mal verstanden. So. Da noch ein bisschen was hinklatschen. Und da noch ein Stückle. So, dann passt das. Ähm, jetzt noch von unten. Hier ist schon alles zugewachsen. Oh, fuck. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ich... Fuck. Fuck, 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 fuck. Stürb, 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 stürb! Ja. Alter Schwede, ich hab nur noch ein Herz. Oh. Oh. Ich hab voll vergessen, dass ich da nicht weggleiten darf. Oh. Oh. Man hat jetzt wahrscheinlich nicht viel gesehen. Aber ich bin grad voll nach unten gebrettert. Alter Schwede. Ich hab dir gerade gebrettert. Richtig nach unten geflogen. Ja. muss aufhören mein dad hat virus auf pc muss erst machen toll was genau heute passiert ja ohne witz wir haben sowieso solche probleme mit ihren rechner das ist voll krass das ist jetzt kein persönlicher angriff aber wir haben trotzdem für die probleme ihren rechnern teilweise da machst du nichts da machst du echt nix ja leute der costa sollte dann vielleicht sich mal zum kinderspielpartys begeben afg und nicht oder nicht der abholen weil ich jetzt nämlich gleich unser nether portal in brand in brand stecken werde ich bin leichter nether portal ich bin unterwegs ist nur noch ein paar blätter hier anbringen okay jetzt habe ich keine blätter mehr einem online beziehungsweise ich will nicht sterben aber die nacht will ich auch nicht abwarten der beginn ist noch nicht gleich rein oder also ich gehe jetzt persönlich noch nicht gleich rein ich will das alter die warten da unten auf mich wirklich wird sagen nur ist noch an ich komme dann auch gleich in richtung dahin ich sehe aber auch fast gar nichts alter das nether portal ist halt jetzt bei simon unten drin aber da ist das einzige wo es lauer ja dann würde ich aber sagen nehmen wir doch nicht so lange auf wenn simon jetzt auch nicht da ist ja ich glaube es ist ja noch ein bisschen blöd wo hat mich da kostet nicht also ohne wirtschaften echt mit meinem namen jetzt ist simon auch noch weg ist ein bisschen behindert jetzt machst du aber eigentlich nichts wie das gerade gesagt hast okay wo ist das portal unten ja okay ich bin da ja okay wenn du wenn es so tief unten ist dann in einem so schönen tag wünschen wir euch einen schönen segen und spaß das heilige feuer zeug okay warte so ist es eigentlich richtig gebaut ja oh neil ist haben wir schon mal schauen wo wir sind oder wo wir raus kommen ich will jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren muss sie sagen okay warte ich gehe meine sachen sagen dann können wir schauen gehen bitte dann nehme ich halt mein eisenschwert mit dass er schon fast kaputt ist will ich von auch schon mal erschrocken oder hat man die tür das tag habe ich dich gehauen wir haben uns beide gegenseitig gehauen wenn ich dich gehauen habe dann läuft es ein mini zombie hallo tschüss hallo hallo ich bin gleich mit mich auch nicht und jetzt nicht auch jetzt ich bin gleich tot also ist er schnell soll wieder regenerieren also ich habe ein herz ich bin es tot okay du kannst rauskommen ist safe als ich das mit dem shader geil aus ein bisschen kannte hier aber geil und ich freue mich so auf meine schule also ach die modul gesehen wo ich dir gezeigt habe die roten ja ich schon bestellt bevor ich dir gezeigt habe und ich habe mich vorhin nicht gemeldet weil mein lüfter nämlich vorne an meinem gehäuse der war nicht der meinung ich bin in mongo ja und machen wir mal behinderte geräusche wenn ich so hey ist ja irgendwie oval oder kaputt oder keine ahnung war ja weiß ich habe ich habe ihn also ich meine halt so ob das so eiert was ich meine weil ich habe sie in dem kompressor durchgepustet da war übel viel staub drin da habe ich mir gedacht der der schleift doch irgendwo gell ich so ja was machst jetzt da habe ich halt mal vorne dass die gehäuse kappe abgenommen und habe das dann herausgefunden dass es bei mir auch gibt beziehungsweise das ist bei einem separaten knopf sogar geht das wusste davor auch gar nicht ja und dann was funktioniert weil dann hat es dann nicht mehr so gerater zur schule cobblestone ich nehme mal ein bisschen stone mit dass wir uns noch irgendwie wege bauen können ja stimmt kommt es so nämlich auch mal zu weiß text mit was habe ich noch essen lasse ich ein bisschen da ich komme das alles rein eisen auf jeden fall da lassen ich komme jetzt mache ich einfach mal alles hier rein was ich nicht mitnehmen holz das brauchen wir sind ja auch keine grabe war ich grabe da was torches ja ich nehme einfach mal die die ich dabei habe mit 113 erde also treffen uns dann bei simon ja kohle lasse ich da ein wolle habe ich im winter so krass und was habe ich noch da ich lasse da sechs fisch und drei hähnchen und die hälfte von meiner und da habe ich und da haben wir schon das erste ziel wer hat den baum geplandet simon hast du das oder war simon das ne ich habe nichts geplantet gib dir mal den baum der baum wobei simon auf dem haus auch ist oder auch sein bungalow oder was auch immer alter ok ich bin jetzt da können wir uns ich habe noch nicht gesehen wie mit dem shader der nether aussieht habe ich auch darauf natürlich auch schon mal gesehen ich habe es noch nicht gesehen ok mach so du gehst schon rein dann gehe ich auch mal rein alter die laba sieht ja mal mega geil aus und mega hell alter schwede kummer nach hinten wo nach hinten da wo ich gerade in schau du bist noch gar nicht da bei mir doch hier guck mal weiter nach links oben eigentlich so weit um hatte ich noch zu gehen hier in folie ich sehe dich jetzt gerade gar nicht bist du da ich bin hier du haust auf mich aber ich krieg kein damit egal da ist ein gast da irgendwo links das ist ja klar als ich sie gar nichts mit den shader ich sehe nur die lava und es ist mega hält plötzlich schöner ausmachen ist es mega geworden und die frames sind auf 90 jetzt richtig ja ja also mal das mal kloster mitnehmen ja 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 ja